Wenn sich zahlreiche Promis an der Ostseeküste treffen und Tom Hanks spontan in Berlin auftaucht, dann wird es natürlich brisant prominent. Drei Jahre Pause trifft sich die Country-Szene wieder bei Europas größtem Country-Musik-Festival an diesem Wochenende in Berlin. Und da kann es durchaus passieren, dass man ihm da über den Weg läuft. Hollywood-Star Tom Hanks. Ja, was hat er mit Musik zu tun? Er eigentlich nichts, aber seine Frau, Rita Wilson, durchaus. Sie ist nicht nur Schauspielerin und Filmproduzentin, sondern singt seit einiger Zeit auch Country-Songs. Wir haben sie exklusiv getroffen und mit ihr über Hollywood, Neuanfänge im Alter und die Kraft der Liebe zu sprechen.